Und wieder zurück hier auf der Map. Okay, da waren wir da schon? Ja, da waren wir schon. Ah ja, stimmt, das war mit dem Ding. Das Tolle ist, dass mein Minecraft wieder so rumpackt, weil ich irgendwie neben dieser Platte stehe und jetzt halt kaum was sehen kann. Aber ich sehe dich. Ja, ich auch. Wir können bei mir rechts, geht's glaube ich, so, gehen da so, 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 ja, und Dinger hoch, kann man da hochklässern? Ich erkenne das nicht, weil das so, so rumpackt bei mir. Kann man, kommt man da hoch? Ich weiß es nicht. Oder, wurde, wir gehen einfach hier mal diese, also hier ist nun kein, ah, ich glaube ich kenne die Map, aber nicht von, von diesem Server. Also wahrscheinlich gibt es irgendwie, äh, die gleiche Map auf, keine Ahnung, 20 verschiedenen Servern. Ich habe keine Ahnung. Ja, also nach 20 Sekunden, wo geh mal hin? Jo. Äh, wir gehen jetzt einfach mal, ja, geh mal bei dir da rein, ich habe keine Ahnung. Mal bei mir, hinter mir, geht's glaube ich so ein Ding hoch, also geht's, kann man hochklettern. Okay, und so, dann geht's da hin. 2, 1, so und los. Gut, gut, gut. Gut. Ja, hier kann man drüber über den Zaun springen. Hier so hoch, dann über den Zaun und dann irgendwie, jetzt so hinten so häusert, da kann ich jetzt einfach mal hin über diese riesige Wiese. Oh, das ist eine schöne Map. Ja. Also von, ey, der geht in der Leiter runter, da gehe ich einfach mal hin, weil es mich interessiert. Ah, okay. Ich folge dir mal. Los war ganz gut. Das sieht aus wie so ein, so ein Auf, äh, so ein Aufzugsschach. Eine Kiste. Ja. Zwei Goldbarren und ein Holz. Hier ist auch noch eine Kiste. Ja, guckst du dir mal, ich bin da runtergekommen. Oh, yeah, man, Schwert, Angel und, äh, Schuhe. Da drin, das sehe ich auch noch in der Kiste. Ja. Du kannst angeln gleich mal. Stimmt, ja. Warte, ich gucke nur kurz mal hier hoch. Komm schon, schwimm schneller. Ich habe ein Erfahrungsfläschchen und noch mehr goldene Lederkappe. Okay. So, warte, ich kämpfe mich hier mal gerade so ein bisschen den Weg lang. Ich hoffe, hier kann man irgendwie wieder aus dem Wasser raus. Kannst du mal angeln? Du kannst auch im Wasser, glaube ich, angeln. Ich habe hier auch jetzt ein paar Pilze, also von beiden Sorten. Also wir könnten theoretisch jetzt auch angeln. Wenn wir Holz hätten oder diese Schälchen, könnten wir dann auch, äh... Also ich bin jetzt direkt am Spawn. Scheiße. Da hinten ist ein Spieler. Aber der hat nix. Egal, der sieht nicht. Wenn du irgendwie versteckst, renn weg, versteck dich irgendwo hinter und duck dich. Dann bist du erstmals... Okay. Na egal, der ist jetzt eh schon weg. Was hier unten. Kannst du mal kurz wieder her? Ja, warte, was ich habe hier noch irgendwas gerade gesehen. Warte, okay, da geht nur das Licht aus. Oh, hi. Maximal kurz hier auf diesen Knopf drücken. Ach so, den der links. Na gut, ich hatte gehofft, wenn man die gleichzeitig drückt, dass man dann irgendwie was... Na. Was hier oder so. Ja, dann angel doch mal. Jo. Die Frage ist, ob hier... Oh. Ah, komm schon. Nein, ich habe keine Ahnung, wie fischt man eigentlich. Du musst, wenn das irgendwie so wackelt, dann musst du, äh... Rechts oder links klick? Rechts klick machen. Und dann müsste... Wenn du es richtig getimt hast, kommt dann ein Fisch raus. Okay, dann warte ich mal. Ich hoffe jetzt nur, kommt hier kein Spieler entlang und stört mich hier beim Empfang. Also, ich bin jetzt hier gerade mal kurz wieder auf der Oberfläche. Ja. All die... Okay, bei links klick... Entweder war ich jetzt zu spät oder es... Ja, manchmal geht's nicht, obwohl es war... Ich muss auf jeden Fall mit Rechtsklick machen, soweit ich weiß. Ich seh das nicht, weil das Licht hier so rumspackt. Es geht immer wieder aus und an. Ich meine, ich kann auch, wenn du willst... Auch kann auch ich angeln. Wie du willst. Ich finde das, das ist hier wirklich so ein bisschen bei dir. Ach ja. Da haben wir nichts anderes zu tun, als zu angeln. Ja. Ähm, ich würde Shift gedrückt halten, falls andere Spieler kommen und uns töten wollen, dann... Ich meine, du kannst ja auch angeln. Ich geh mal kurz hoch und guck, ob ich uns irgendwas noch finde, der für uns. Scheiß drauf, ich hab keinen Bock zu angeln. Ja, also, ich bin jetzt wieder hoch und weh oder runter sind oder so. Ah ja. Guck ich jetzt auch mal hin. Ähm, wollen wir hier so rechts sitzen und so? Soll das Day-City nachgespielt... Oh, das ist nicht gleich. Ja, gehen wir gleich gar nicht hin. Geh mal gleich wieder hin. Das ist, glaube ich, voll aus wie der Day-City. Oh ja, oh shit, ich hoffe... Da sind zwei, die spielen zusammen, glaube ich. Oh, 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 oh. Oh, Hilfe, komm, renn einfach. Wir gehen jetzt einfach wieder da runter, wir gehen da runter wieder. Okay, hier ist Wasser. Ähm, ich, äh, glaube ich werde verfolgt und deswegen... Äh, fünf... Ich bin niemandem... Okay, gut. Okay. Bekommt man hier durch Ding eigentlich durch... Durch Bäume eigentlich Äpfel? Ich weiß es nicht. Oh fuck, der verfolgt mich immer noch, der verfolgt mich. Ähm... Ich habe mich in die Kanalisation... Alter, jetzt spackt ich hier so ein bisschen rum... ...in die Kanalisation geflüchtet. Und... Oh mein Gott, ich habe gleich kein Essen mehr. Warte, ich komme mal wieder hoch. Vielleicht kann ich dich ja irgendwie noch, äh, unterstützen. Oh mein Gott, jetzt habe ich noch drei Essen, jetzt bin ich tot. Ich schlage jetzt, bin ich tot. Verdammt. Gut. Geh mir einfach auf dein Kompass. LB97, hey, ich bin hinter dir. Ja, ich sehe dich aber leider nicht. Ich weiß schon. Scheiße, da hinten in die Dinge, das Ding an, ne? Ich, tu dich mal kurz. Ja, die kommen, rennen, rennen, rennen. Ich, ich kann nicht rennen. Ins Haus, ins Halt, auf Schiff, hinter den Baum oder so, da ist eine Kiste. Auf dem Baum hier ist eine Kiste, die gibt... Scheiß auf, ich habe keine Ahnung, welcher Baum, hier sind so viele Bäume. Okay, die gehen, okay, komm wieder her. Warte kurz. Komm her, ist es... Geh geradeaus weiter, geradeaus weiter, geradeaus weiter. Ja. Geh geradeaus weiter. Also stopp, 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 stopp. Beim Schaf jetzt geh Richtung genau, wo du jetzt hinguckst. Weiter, weiter, weiter. Auf diesem Weg, geh mal auf den Weg. Warte Gott, ich klinge hier ein paar Schafe, auch wenn es irgendwie nichts bringt. Jetzt stopp, stopp. Ja. Stopp, stopp, stopp. Jetzt guck Richtung dem Schaf und geh geradeaus. Da. Das ist ein Rennen. Ja, geh los, los, schnell, beeil dich. Und jetzt da oben auf dem Baum ist... Ah, ja. Komm, ich... Ah, ich hab schon wieder ein Kühl. Das ist das Gras runterweg. Ja, es ist... Passt schon, ich hab zwei Fische. Das ist schon mal gut. Äh, ja. Mach mal hier noch... Ah, hier liegt noch ein bisschen Eterum. Ich geh jetzt mal... Komm mal, aber ich hab... Stopp, bleib stehen. Mhm. Geh, dreh dich um. Hier siehst du diesen komischen Baum. Ja. Mach mal dahin... Hinter dem Baum hier, ähm... Leute, weiter, stopp. Äh, okay, drumrum, drumrum. Mach mal weiter drumrum. Links. Ah ja, ich seh hier jetzt ne Kiste. Alter, ich kann irgendwie... Ja, ist leer. Ja, ja. Schade. Schade, schade. Aber hier ist ne Kuh. Und hier, ich hab auch noch ne Kiste gefunden. Alter, was das denn hier? Bleib stehen, bleib stehen. Warte, was ich... Kühle nur küsst die Kuh hier. Ja? Ja, da oben ist auch ne Kuh. Lauf den Berg da bittin hoch. Ja, genau, gerade auch hier ins Lagen. Hallo, du Milka-Kuh. Nein, das ist keine Milka-Kuh. Nein. Ähm, jetzt lauf mal hier auf den Baum. Stopp, stopp, klöppchen. Dreh dich um. Den da. Lauf auf den Baum, da kannst du so drauf springen. Auf den? Ja, nicht auf den kleinen da hier, aber auf den kleinen. Den da. Lauf da drauf, genau. Jetzt springt du zu dem anderen Baum rüber. Den. Ja, zu dem, da ist nur einer. Und jetzt bau dich da hoch. Genau, ich glaub, du schaffst, du da rüber springen. Genau, jetzt geh auf den hier hoch und dann da auf den ganz oben. Da kannst du dich auch hochbauen. Den Laub kannst du wegschlagen. Ja, stimmt. Und ganz oben ist ne Kiste drauf. Ah, perfekto. Alter, ich kann nix... Ah, ich hab Pilze in der Hand. Ah, okay. Schuhe, Leder, Mushroom. Passt. Ähm, okay, die Schuhe hab ich leider schon. Nein. Äh, so. Was jetzt? Was ist denn das denn eigentlich für ein Gemetzel? 22 Minuten und kill deathmatch. Acht. Wahrscheinlich gibt's hier ganz viele Leute, die das so machen wie wir. Ja. Bestimmt. Das ist wahrscheinlich auch einfach die einfachste Methode, sich einfach zu verkriechen und zu warten, aber dann... Hier, ich hab ne Kiste gefunden. Ähm. Wo bist du? Ich geh jetzt mal... Dreh dich rum. Weiter. Stopp. Jetzt lauf. Okay. Ach. Ja. Lauf. Lauf weiter. Geh vom Baum runter. Runter? Ja, runter. Das wird dir vielleicht ein Leben kosten. Oder du gehst irgendwo hin, wo es dir kein Leben kostet. So. Das lauf weiter. Hier, genau, geradeaus, geradeaus, geradeaus. Ah, ich glaub, ich seh sie. Schräg links, schräg links und dann ist ne Kiste. Ja, ich seh sie. Hier, stopp, 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 stehen bleiben, stehen bleiben. Hey, da ist auch ne Kiste. Ah, da ist auch ne Kiste, okay. Ist da noch ne Kiste? Ja. Ja, da ist noch ne Kiste. Yay. Golden... Ich weiß gar nicht. Ist, 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 ist Gold besser als, als Chain? Ein Metallketten-Ding ist da. Ähm, ein bisschen gleich gut, aber Metallketten, äh, halten länger. Okay. Also, da hinten, genau, noch die andere Kiste. Ich mach mal hier ein bisschen Fisch fressen. Oh, ich, ich hab Getreide, hier hat's Getreide. Oh, hier, hier hat's jemand zerlegt. Hier sind Gold, zwei Goldschwerter, golde Hose. Ja, geil. Und... Ähm, genau. So. Das heißt, ich denk mal, die ist leer, ja. Ich hätt mal, du siehst die Häuser, oder? Die da hinten? Ja. Ja. Lauf mal zu denen hin, weil da ist, ne, das sind Farben und das sind... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Getreide, fertiges Getreide. Ah, hier, ja. Sehr schön. Kann man nicht nehmen. Ich weiß es nicht, aber ich gehe einfach aus. Ah, scheiße. Spieler, Spieler. Was ist denn? Spieler. Alter, der ist direkt an mir vorbeigegangen und hat's nicht gesehen. Oh, du hast eigentlich Glück, Mann. Oder? Hat der mich gesehen? Ne, alter. Junge, Junge. Ich seh den so mit, mit, keine Ahnung, so halb Gold, halb Silber Rüstung. Ich geh mal am Rand entlang. Ich glaub, da sind einfach, ähm, ein paar Kisten und einfach keine Spieler. Ähm. Da bist du jetzt, ne, das bist du nicht. Ich bin, äh, am Rand, direkt am Glasrand. Ich bin quasi, ich war gerade in dir, also. Was ist das? Also, die Spieler sind eigentlich in der anderen Richtung mehr, also. Was ist das? Nix. Ein Loch. Äh, nicht. Entschuldigung. Äh, wahrscheinlich ist hier auch noch irgendwas. Ah, hier ist ne Kiste. So. Ich hab auch noch ne Kiste für dich gefunden. Yeah, Gold, 10. Lauf mal, ähm, genau, lauf mal am Rand weiter, bis du an dem Fluss bist. Warte, ja. Ah. So. Was, das ist hier aber irgendwas? Wird das nix. Aber wenn du jetzt zum Leiter läufst. Ja, hier ist der Fluss. Links, schräg, links, äh, links einfach, links auf der Seite bleiben. Und da vorne, warte, hier auf der anderen Seite ist ne Kiste. Direkt, wenn du jetzt geradeaus auf die andere Seite entfällst, stopp, 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 stopp. Ah, da, okay. Perfekt. Leer. Shit. Und dann laufen wir weit, ich glaub, am, am Fluss weiter. Da lang. Genau, und dann siehst du es vielleicht von hier schon auf dem Baum, am, unten am Baumstaben. Von dem umgekippten Baum. Ah, okay. Ist ne Kiste, ganz am Wasser. Liegt auf dem Sand, hier ist so ein bisschen. Ah, da, ist es da? Nein. Ne, da unten nicht. Ne, komm, zurück auf die andere Seite, auf die andere Seite vom, okay, lauf mal über den Baum drüber. Nein, nicht da, lauf mal auf den Baum drüber. So, ich jetzt stopp, stopp. Ja. Ah, da unten, ja, ich seh sie. Perfekt. Was ist das drin? Ähm, ein, 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 ein Knochen, Goldschule und was, was noch? Hier sind zwei Schweine. Wo? Wenn du weiterläufst, über den Fluss drüber, wo dieser Zug steht, auf den Schienen. Da davor sind zwei Schweine. Okay. Also vor den Zugschienen, dann links neben den Zugschienen, geht's, von Fahrtrichtung bis hin. Ah, ja. Und, äh, auf dem Zug drauf ist eine Kiste. Oh, ja. Ich weiß noch, wenn ich immer da hinten... Zwei, zwei Kisten. Wo? Das weiß ich nicht. Also ich glaube, oder ist das ein Licht? Ne, da sind zwei. Hier ganz, im Vordergrund. Ja, stimmt. Da muss man aber wahrscheinlich von ganz da hinten drauflaufen und dann einen ganz langen Weg gehen, bis man da hinkommt. Aber ich hab mir einfach gesehen, wenn der Fluss lang kommt. Ich hab hier auch eine. Genau. Die meinte ich. Achso, okay. Oh, ja. Lederhose, Goldhelm und Beef. Und wenn du jetzt am Fluss weiterläufst, bis auf der Seite, bis du am Glas bist, da ist dann auch noch eine. So, ich muss mal kurz ein bisschen was fressen. So. Hier. Hier, wenn du es weiterläufst. Ah, ja. Da, jetzt genau. TNT! Ha! Wie geil ist. Und wenn du jetzt über den Fluss gehst, nochmal mal am Fluss. In Kern. Und weiter eine Glasscheibe entlang, dann ist da auch nochmal eine Kiste. Direkt eine Glasscheibe. Hier sind auf jeden Fall schon mal mehr Kisten als auf der Map davor. Oh, eine Karotte, Fisch und Leder. Ja. Jo, jetzt haben wir ja schon ganz gut Sachen zusammen. Genau. In der Burg, in diesem verlassenen Burggeding, ist auch noch eine Kiste. Da waren wir jetzt auch schon mal. Mach mit Max zusammen. Da ist auch noch eine. Ja. Zwei Kisten. Einmal da unten. Oh Gott, es sind nur noch fünf. Nur noch fünf Leute hier drin. Wenn du jetzt da hochläufst, wo wir das letzte Mal auch lang sind, dann ist da gleich ein Stopp, 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 Stopp. Hier ist einer. Nein, scheiße, ich hab's TNT gesetzt. Ja, ich hab's TNT damit. Ha, fuck. Ja, da ist auf jeden Fall eine Kiste. Ach, leck mich doch. Und jetzt kannst du noch weiter hoch. Und da oben, wo vorher waren es zwar keine, aber hier unten jetzt, wie zu einem Loch da drin. Ah. Karotte, Chainboots, Rotchicken. Ich mutte nämlich gerade, dass ich überhaupt keinen anderen Spieler mehr sehe. Da sind nur noch fünf oder vier übrig. Ja. Fünf. Also vier andere. Und ich hab noch eine Kiste. Ja, äh, wo bist du denn? Da musst du nicht hochgehen, da ist nichts mehr. Okay. Wenn du jetzt da runter gehst, gerade ausläufst. Hier? Ist der erst ein Schwein. Ja, das hab ich irgendwo gesehen. Wo waren das? Da jetzt drin, rechts von dir. Rechts. Rada. Ich bin ja ja, lauf weg, lauf weg. Der ist verdummtig, dummtig, dummtig, dummtig. Und ich bin zutritt, du bist tot. Du bist tot, wenn die nicht ganz dumm sind, bist du tot. Mein Gott, die laufen vorbei. Bleib stehen, bleib hinter der Mauer stehen. Bleib dich, dummtig, dummtig, bleib stehen, bis die Wechselsacken, wenn sie weit genug wechseln. Oh, einer kommt zurück, ich glaub, der hat nicht gesehen. Macht dich bereit zu stehen. Ne, bleib, bleib stehen. Verdammt. Bleib zu stehen. Du kriegst dich nicht. Alter, die Sinister gerade, wenn du... Alter. Alter, der eine hat sich gesehen, der eine hat sich gesehen. Der eine hat sich gesehen. Rennen, 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 schlagen, schlagen, töten, 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 töten. Ja, dann ist das auch okay. Ah, der hätte nicht umgekehrt. Der hätte nicht noch zurückgekommen, dann hätte es... Ja, dann hätte es funktioniert. So, ich muss es leider auch auf. Erstmal. Ja, dann gehe ich erst mal auf. Ja, dann, äh, ne, vielen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns beim nächsten Mal. Servus.